hey leute und herzlich willkommen zurück zu let's play dead island ja ihr habt es gesehen in der letzten folge wir müssen wieder mal ein paar leute retten und das werden wir jetzt machen das ist ja nicht mehr zu kommen vorher wurde gemessen sie hat es in ihrem Kopf gesetzt in die polisstation um sie zu geben sie waren krank schreit ich habe sie zu lassen und sie haben mich verletzt, bis ich ausgedreht Wenn ich auch gekommen bin, bin ich auf der anderen Seite der Bühne, aber sie ist wahrscheinlich still alive. Sie wollten sie behalten, benutzen sie. Du kannst sie zurück, richtig? Geh in da, durch die Pferde. Die Bühne ist verletzt, aber ich werde dir die Geh. Sie haben es nicht von mir. Ich habe sie verletzt, was sie zu ihr. All sie wollte, war sie zu helfen. Und sie... Oh, sie... Oh, Mondo, Alma. Jetzt gehen sie weg. Na, du warst dran. Jetzt dürfen wir schon wieder da unten durch, ne? Durch die Abwasserkanäle. Geld ist immer gut. Ausessen werden wir noch nicht. So, dann gucken wir mal, wie gut das hier ist. So, dann gucken wir mal, wie gut das hier ist. Wir probieren mal, nicht so viele Zombies zu kloppen, dass wir laufen. Wir probieren einfach mal hinzulaufen. Auf jedem mal hinzulaufen. Ja, oder? Wie ist es jemand los? Oh, es ist alles gut. Klar, ich warte mal hinzulaufen. Jetzt sind wir zu. Da war ja gerade die Hütte voller Zombies, habt ihr das gesehen? Oh hier alles voll dunkel Mensch wüsste was ich werfen könnte Na, 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 was ist los? Wir sind schnell noch hoch gegangen Jetzt haben wir das verpackte Spiel Gehen wir wieder runter Ich glaube wir sterben jetzt, ich glaube wir sterben jetzt Mah, das ist kaputt Booth, 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 booth Booth, 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 booth Auf, ho, ho Auf, ho Mist, 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 Mist. Ich hab'n keine Hausdraube. Ich schlägt schon wieder rauf, ne? Mist, Mist, Mist. Nein, 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 nein. So. Tom. Einfach schnell durch hier. Oh. Jetzt dürfen wir wieder zurücklaufen, wo wir vorhin durchgelaufen sind, eh? Erstmal zumachen. Erstmal einatmen, sehr schön. Uh. Polizeiwache. Ich weiß ja nicht, was hier los ist. Wir nehmen jetzt erstmal die Waffe. Uh, uh. Mal gucken, was ist passiert in der Polizeiwache. Was? Oh, ich war gut. Oh, ich war überhaupt nicht. Oh, ich war noch nicht. Oh, ich war ganz hart. Oh. Oh, ich war nicht mehr, das ich nicht mehr so schlauze. Und in der Morgen, die Infeckten sind weg. Ich weiß nicht, wo es war. Ich weiß nicht, wo es war. Aber ich mache einen Weg für ihn. Die Stadt ist in Chaos. Die Gebäude sind verbringend. Die Fahrzeuge verletzieren die Straße. Zu Beginn gab es looting, aber... jetzt gibt es niemand. Die Todes sind alle. Wo sind die Polizei? Die Polizei? Warum haben sie... Moment, Moment, Moment. Sie sind alle. Sie sind wie eine kleine Mädchen. Sie sitzt in der Straße neben einer Frau, die sie sterben sind. Und ihre Mutter? Die Mädchen schreien. Jesus Christ. Sie sind in ihrer Brust, und sie schreien. Sie sind in ihrer Brust. Ich kann sie nicht einfach da. Sie ist allein. Sie ist ungefähr die gleiche wie mein Kind. Sie sind nicht mehr als sechs. Oh, fuck. Hey, Frau. Sie sind die Frau. Vielleicht sollte ich mit mir kommen. Sie sind die Antwort. Oh mein Gott! Sie ist weg! Die Gesichter ist mit der Blut. Shit! Oh Gott! Habt ihr das gesehen? Alter, da kam die gerade. Den kriegt man auch mittlerweile gar nicht mehr totgeworfen. Du bist nicht mehr so! Wenn du nicht mehr so! So. Okay. Die Bitch. Okay. Ich weiß nicht was hier los ist. Sieht aber sehr komisch aus. Sieht aber sehr komisch aus. Du! 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 Beide! Ich! Wow. Here. Soooo Ich muss nur was getrunken und ich muss nur auf die Jagd gehen. 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 Oh. Ich muss nur auf die Jagd gehen. 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 Ich werde gerne warten. Ich komme nach der Jagd gehen. Aber sie hat um deiner Freundin eine Menge Mutten, die sie beträgt, das Feuer des Glaubens, okay. Oh, was kriegen wir denn da schon ein bisschen? So, aber ihr habt gesehen, wir haben eine schöne neue Machete bekommen und die werden wir in der nächsten Folge auslassen. Und wenn ihr wollt, wie diese Machete funktioniert, schaltet ein, guckt zu, wie es nächste Woche weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen, Kommentare, Feedback. Wir sehen uns auf jeden Fall in irgendeinem weiteren Netzwerk. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss bei Börgrim Lp.